Herzlich willkommen auf meinem Pyro-Kanal. Heute zeige ich euch die Jorgis Skyrockets. So sind sie verpackt, sechs Stück in einer Folie. Wir haben hier grün einmal Crackling, rot sind rote Sterne und blau sind blaue Blinker. So sehen sie ausgepackt aus. Das ist Klasse 2. Die haben eine NEM von 9 Gramm und sind ziemlich preiswert. Sechs Raketen für 2 Euro, da kann man nicht meckern, zumal bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Jorgis Skyrockets. Grüne Kappe. Rote Kappe. Und blaue Kappe. Kopfschmerzt. Zckerkunde. Einen Schnappen.